Vielen Dank, Sven Thomsen. In der Tat so ist es. Die Bündnisgrünen wollen ja hier diskutieren in dieser aktuellen Stunde über den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen, ganz genau über den Verbot dieses Anbaus. Denn Deutschland steht vor der Frage, wie soll es denn künftig weitergehen mit Genpflanzen und einem eventuellen Anbauverbot, weil die EU, die hat einen Kompromiss gefunden, die 28 Mitgliedstaaten. Und Deutschland muss jetzt für sich eine Regelung finden, regional verbieten oder national verbieten. Und die Grünen machen jetzt auch den Aufschlag zu dieser Aktuellen Stunde. Harald Ebner spricht für die Grünen. Der Minister der erratischen Dialektik ist der personifizierte, irrlichternde Versuchsballon. Behaupte ich mal, nach Wurst und Barcode kommt jetzt das nächste Kapitel. Wir erleben hier seit Samstag den dreisten Versuch, den ganz großen Gentechnikbetrug an der deutschen Öffentlichkeit zu vollenden. Denn dieser Gesetzentwurf, der der Presse vorliegt, widerspricht allem, was den Menschen seit dem Merkel-Meiß-Debakel vor einem Jahr von der Großen Koalition versprochen wurde. Seither werden Sie ja nicht müde, zu betonen, alles halb so wild. Wir haben den Gen-Meiß zwar nicht verhindert, aber wir machen jetzt ein nationales Anbauverbot. Sie behaupten alle immer noch, Sie wollen ein flächendeckendes Anbauverbot für ganz Deutschland. Und der Minister hat jetzt betont, dass er im Ergebnis keinen Flickenteppich in Deutschland haben wolle. Leider müssen wir heute feststellen, alles nur Lippenbekenntnisse. Sie haben erneut Ihr Wort beim Thema Gentechnik gebrochen und die Erwartungen der großen Mehrheit der Menschen in diesem Land enttäuscht, wie schon beim Gen-Meiß 1507. Denn wenn es kein bundeseinheitliches Anbauverbot gibt, dann kriegen wir doch genau den Flickenteppich. Denn wer garantiert uns denn, dass alle Länder Verbote aussprechen? Ein solcher Flickenteppich ist der Anfang vom Ende der Gentechnikfreiheit in Deutschland. Und dieser Gesetzentwurf, der steht im Gegensatz zu allen aktuellen Forderungen der Agrarministerkonferenz der Länder, des Bundesrates, der gentechnikfreien Lebensmittelwirtschaft und der Umweltverbände. Und das Landwirtschaftsministerium, das folgt Gutachten von BMBF und BML und hat es nicht mal nötig abzuwarten, was denn die anderen Ministerien da noch so bieten. Und jetzt sollen es plötzlich die Bundesländer richten, weil nationale Verbote angeblich nicht rechtssicher zu begründen sind. Ja, wofür und worüber haben Sie denn in Brüssel monatelang verhandelt, wenn am Ende was rauskommt, was angeblich gar nicht funktioniert? Ihre Krokodilstränen können Sie sich da an der Stelle sparen. Sie haben mit Ihrer Haltung zum Gen-Mais 1507 das Ganze erst ermöglicht. Sie hatten die Gutachten schon vor dem Beschluss in Brüssel vorliegen. Und Sie haben das in Brüssel so mitbeschlossen. Sie haben das gepusht, gewollt und damit auch zu verantworten. Sie wussten das alles. Und Sie hätten in Brüssel nie und nimmer zustimmen dürfen. Und wenn Sie hier schon komplett einknicken und versagen, wie sollen denn die Menschen Ihnen glauben, dass sie unsere Regeln zur Gentechnik bei TTIP nicht auf dem Altar des Freihandels opfern werden? Deutschland droht jetzt der Flickenteppich anhaltender Ideenlosigkeit. Ihre rechtlichen Schwierigkeiten sind nur ein Vorwand, eine Rechtfertigung, kein nationales Verbot erlassen zu müssen. Und die Folgen müssen die Menschen ausbaden. Was haben Sie gemacht? Sie haben keinen Finger krumm gemacht, um die nötigen Voraussetzungen für flächendeckend bundeseinheitliche Anbauverbote zu schaffen. Keine Datengrundlagen zu Kosten durch Koexistenz und Vermeidung von Verunreinigung. Sie haben keine Vorarbeiten geleistet, vertragfähige Verbotsgründe für die ganze Republik. Nichts niente Fehlanzeige. Sie haben aufgegeben, bevor Sie überhaupt begonnen haben. Sie kapitulieren heute schon vorsorglich vor den Anwaltskanzleien von Monsanto und Co. Und dann schieben Sie es an die Länder ab? Wie soll denn das bitte schön gehen? Wenn der Bund mit seinem Riesenapparat an Ministerien, Anstalten, Instituten angeblich überfordert ist, wie soll das dann bitte das Saarland, Bremen oder Thüringen schaffen, die Herausforderungen eines wasserdichten Anbauverbots fehlerfrei zu meistern? Also, das Delegieren der Anbauverbote an die Länder bedeutet in Wahrheit, sie generieren die 16-fachen Kosten, sie generieren das 16-fache Risiko des Scheiterns. Und das ist aus meiner Sicht die organisierte Verantwortungslosigkeit. Herr Schmidt, ich frage Sie, wenn Sie angeblich ein flächendeckendes Anbauverbot für ganz Deutschland wollen, wie kann es denn dann sein, dass Ihr Gesetzentwurf, dass so ein Gesetzentwurf Ihr Haus verlässt, der ein Verbot und die Zuständigkeit an die Länder abschiebt? Wer ist denn da eigentlich Herr im Haus? Macht da jeder, was er will? Oder hat der Staatssekretär und bekennende Gentech-Fan bläser den Hut auf? Das würde ich ganz gern mal von Ihnen wissen. Und Herr Schmidt, Sie machen mit Ihrem Vorgehen eine gentechnikfreundliche Politik gegen die breite Mehrheit der Menschen in diesem Land. Das ist aus meiner Sicht nicht tragbar. Stehen Sie zu Ihrem Wort. Sorgen Sie dafür, dass es umfassende, echte Verbote für alle Gentechnikpflanzen in ganz Deutschland gibt. Und nicht nur zu Hause in Bayern, auch nördlich des Weißwurst-Äquators gibt es ein Leben. Und da müssen Sie sich durchsetzen, auch gegen die Kanzlerin. Die SPD fordere ich auf, hier mal zu stehen zum Wort, das Sie dieses Jahr gegeben haben. Ich komme zum Schluss. Dass sich Frau Hendricks vehement dafür einsetzt, führt es auch im Sinne des Papiers, das vor ein paar Monaten durch die Presse geisterte. Ich bitte Sie alle, zerreißen Sie diesen Entwurf jetzt hier und heute. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss. Und schreiben Sie ihn neu mit der Überschrift, flächendeckendes nationales Anbauverbot für Genpflanzen. Dankeschön. Deutschland hätte seitens der EU freie Hand, grüne Gentechnik zu verbieten. Aber soll das jetzt bundesweit oder regional passieren? Das wollte Harald Ebner auch von Christian Schmidt, dem Agrarminister, wissen, der jetzt spricht. Ich möchte jetzt vom Eifer zur Realität kommen. Und erstens mal feststellen, dass wir alle hier im Hohen Haus, ich gehe mal davon aus, und in der Bundesregierung die Vorbehalte eines Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik anerkennen. So steht es wörtlich im Koalitionsvertrag. So wurde es auch inhaltlich. Hört doch mal zu. Ihr habt doch noch gar nicht gelesen. Immer lesen und dann reden. Das ist ja immer noch besser. Mein Gott. Also Politik lebt zwar von Aufregung, lebt aber ab und zu auch von Sachkunde. Und die wollen wir bitte heute mal auf den Tisch bringen. So steht es wörtlich im Koalitionsvertrag. Den müssen Sie nicht jeden Tag lesen. Das reicht, wenn wir das tun. So wurde es auch inhaltlich im vergangenen Jahr vom Deutschen Bundestag bekräftigt. Und er hat der Bundesregierung mir den Auftrag gegeben, die Möglichkeiten zum nationalen Ausstieg aus dem GVO-Anbau rechtssicher, Zitat, rechtssicher zu verankern. So. Nichts anderes sind wir dabei zu tun. Unser gemeinsames Ziel ist es, den kommerziellen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland flächendeckend zu verbieten. Damit Deutschland die Opt-out-Möglichkeit schnellstmöglich nutzen kann. Übrigens eine Opt-out-Möglichkeit, die in Brüssel noch gar nicht endgültig beschlossen ist, sondern das nächste Woche vermutlich beschlossen wird. Die aber auf dem Binnenmarkt aufbaut. Das muss man für die Feinschmecker, die sich damit beschäftigen, schon wissen, dass wir hier uns natürlich auch an dem orientieren müssen, was Europa uns vorgibt. Und ich gehe mal davon aus, dass sich daran nichts mehr ändert. Sondern, dass wir nächste Woche diesen Richtlinienentwurf auch bekommen, dankenswerterweise, für den ich übrigens in den letzten Wochen und Monaten intensiv gekämpft habe, weil es Länder gegeben hat in Europa, und die sind halt so, die sind anders als wir, das kann ich Ihnen nicht verbieten, zu werben dafür, dass wir eine Mehrheit für die Opt-out-Regelung bekommen. Das ist gelungen. Da sollten wir uns doch mal drüber freuen. Also, wir wollen Verbot im gesamten Bundesgebiet. Vorweg halte ich sozusagen zum Mitschreiben fest. Diese Regelungen setzen das gegenwärtige faktische Anbauverbot, das durch das geltende Gentechnikrecht mit Pufferzonen, sehr hohen Haftungshürden und Schutzklauseln besteht, nicht außer Kraft. Ich sehe Kollegin Künast hier sitzen. Dieses Gesetz trägt ja eine gemeinsame künastische Seehofer-Handschrift, also einer nach dem anderen, eine nach dem anderen. Aber Ihr Ansatz, auch der Standortregister, bleibt in Kraft. Im Gegenteil, wir verschärfen es. Wir bauen auf auf dem. Mit unserem Gesetzentwurf habe ich einen Wegweiser zu diesem Ziel aufgestellt. Nun stimmen wir diesem Entwurf in der Bundesregierung ab. Wir sind noch nicht mal in der Ressortabstimmung zu Ende. Ich darf hier mal sagen, ich glaube, es ist ein guter Entwurf. Aber das heißt nicht, dass ich natürlich guten Argumenten auch gegenüber offen bin. Mein Haus hat unter Hochdruck daran gearbeitet, dass wir unseren ehrgeizigen Zeitplan einhalten können, gerade weil die Zeit renkt. Sieben gentechnisch veränderte Mais-Sorten befinden sich gerade im Zulassungsverfahren. 1507 ist angesprochen worden. Für MON 810 läuft der Neuerungsantrag. Wir müssen also schnellstmöglich handlungsfähig sein. Und ich kann alle nur einladen, sich daran zu beteiligen. Bisher haben wir das in diesen Fragen ja auch erreicht. Ich hatte Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Grünen, auch immer so verstanden, dass Sie gegen einen Anbau von GVO in Deutschland sind. Da sind wir uns ja wohl einig. Ich hätte gedacht, dass Sie deswegen diesen Gesetz Können wir vielleicht mal mit Unterstellungen aufhören, mal zuhören einfach und mal lesen. Mal lesen. Das Anbauverbot Ja, freilich, selbstverständlich. Sie dürfen das zwischenrufen und ich darf reagieren. Um dieses Anbauverbot in Deutschland umzusetzen, gibt es in der Theorie zwei Möglichkeiten. Entweder der Bund erlässt die Anbauverbote selbst oder der Bund stellt den Rechtsrahmen, damit die Länder die Anbauverbote erlassen können. Nun wollen wir alle ein Anbauverbot mit Hand und Fuß, das nicht nur schön auf dem Papier zu lesen ist, sondern auch vor Gericht standhält und so in der Praxis wirksam wird. Und dieser Weg muss nach meiner rechtlichen Erkenntnis die Länder, ich sage mal zumindest, mit in die Pflicht nehmen. Warum ist das so? Bei allen Emotionen, die in dieser Debatte mitschwingen, dürfen wir nicht vergessen, dass Anbauverbote die Berufsausübungsfreiheit und Eigentumsgarantie, so wie die Warenverkehrsfreiheit im EU-Binnenmarkt einschränken. Wir greifen hier in mehrere Grundrechte ein. Auf solche Eingriffe richtet das Bundesverfassungsgericht zu Recht ein strenges Augenmerk. Deshalb muss jedes Verbot verhältnismäßig sein und detailliert, so wie ermessensfehlerfrei begründet werden. Im Übrigen weise ich diese Kritik an der bremischen und an der hamburgischen Regierung ausdrücklich zurück. Das haben Sie gar nicht genannt, aber Sie haben es mitgedacht. Je genauer ein Opt-out auf die Besonderheiten vor Ort abstellt, desto eher war das die Verhältnismäßigkeit und hat damit vor Gericht bestand. Eines ist doch für uns alle klar. Ein allgemeines Anbauverbot für alle GVO, für das gesamte Bundesgebiet, kann es nicht geben. Das erlaubt uns das EU-Recht nicht. Ich denke, dass wir deswegen nach der EU-Richtlinie für jede einzelne Pflanzensorte ein gesondertes Verbot verfügen müssen, und zwar sorgfältig. Dazu müssen wir die Kriterien der Erwägungskunde in Ziffer 15 der Richtlinie umsetzen. Staatsrechtlich bestehen erhebliche Zweifel, ob diese durch den Bund administriert werden können. Die Stadt- und Raumordnung ist eine Abweichungskompetenz der Länder. Die hat der Bund gar nicht als Kompetenz. Ich muss diese Gründe aber mit aufnehmen. Ich bin offen, dass wir sagen, schauen wir, ob wir ein weiteres Verfahren finden, das den Bund noch stärker über die Koordinierung hinaus in die Angelegenheit hineinführt. Wir wollen erreichen, dass wir es flächendeckend machen. Wenn Sie mit Frankreich kommen, sind die anderen Länder gerade dabei, sich zu informieren, wie sie es machen werden. Es gibt viele, die überhaupt keine Opt-out-Regelung machen. Deswegen wird die Koexistenz eine wichtige Frage auch zukünftig bleiben. Gerade höre ich von meinem österreichischen Kollegen, der ein nationales Anbauverbot wollte, dass Österreich sich überlegt hat, dass es wohl sinnvoller ist, ein auf die Bundesländer bezogenes Anbauverbot in Österreich zu machen. Obwohl die Österreicher nun wirklich nicht die sind, denen man vorwerfen kann, sie würden im Bereich von Gentechnikfreiheit etwa am Ende des Zuges sein. Also lassen Sie uns das mal ganz in Ruhe und nüchtern anhand der Möglichkeiten ausrichten. Die Zielsetzung, die politische, muss bleiben, dass wir auf nationaler Ebene flächendeckend dieses Anbauverbot haben. Wir sollten froh sein und dankbar, dass wir jetzt in diesen Beratungen, übrigens die Ersten in ganz Europa sind, die mit solch einem Gesetzentwurf, wenn er denn dann abgestimmt ist, die Länder haben ihre Möglichkeit mitzureden, dann auch in Kraft gesetzt wird. Das gibt mir die Möglichkeit, 1507 dann auch von vornherein nicht im Anbau zu sehen. Lassen Sie uns auf dem weiteren Erweiterungsweg im Detail klären, was des Bundes und was der Länder ist. Aber sollen wir bitte nicht darüber vergessen, um was es eigentlich geht. Wir wollen alle keinen Flickenteppich. Aber ich will, dass die Textur so gut ist, so gut geknüpft ist, dass sie reißfest ist. Ich kann Ihnen versichern, dass die Bundesregierung dem Parlament einen solchen Gesetzentwurf zügig vorlegen wird. Wir wollen, dass keine gentechnisch veränderten Pflanzen zu kommerziellen Zwecken in Deutschland angebaut werden. Ich freue mich auf spannende, sachbezogene Diskussionen, die sich mit dem Thema auseinandersetzt und nicht mit Geschwätz. Vielen der Bundesagrarminister. Christian Schmidt war das ja sein Gesetzentwurf zur grünen Gentechnik, also noch in der Ressortabstimmung. Deswegen ist noch viel Raum hier für Diskussionen und die wird nun munter weitergeführt. Jetzt erst mal mit Kirstin Tacke von der Linksfraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Täglich grüßt das Murmeltier! Das ist eines meiner Lieblingsfilme, einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den Eindruck, bei der Agro-Gentechnik komme ich auch nicht aus dieser Zeitschleife raus. Dabei ist doch unser Auftrag eigentlich ziemlich eindeutig. Die übergroße Mehrheit in diesem Lande will keine gentechnisch veränderten Pflanzen aus ethischen Bedenken oder weil man Gott nicht ins Werk pfuschen soll oder weil man die Natur schützen will. Und die Linke, die will ganz klar keine Macht den Konzernen über unsere Teller. Und auch hier im Bundestag gibt es ganz klar eine ganz breite Mehrheit. Rot, rot, also die Koalition ist ja interessant. Rot, rot, grün, blau, weiß. Also auch hier kommen wir einen ziemlich breiten Aktionsradius. Und eigentlich ist ja auch der Bundesminister Schmidt als CSU-Abgeordneter dagegen. Aber im Kabinett ist er doch ein bisschen CDU-fremdbestimmt und dann doch irgendwie ein bisschen dafür. Klingt absurd, ist aber so. Das Problem ist, es wird eine große Mehrheit in der Volksvertretung hier von einer Minderheit erpresserisch ausgebremst, obwohl sie die Mehrheitsposition in der Gesellschaft vertritt. Und ich finde, auch das klingt absurd, ist aber leider so. Aber bei den Saatgutkonzernen geht es eben um richtig viel Geld. Und diese Quelle soll nicht versiegen. Und dafür beerdigen ihre mächtigen politischen Freunde das Gemeinwohl unter einem Deckmantel der Freiheit von Wissenschaft, Wettbewerb und Handel. Die Linke hat von Anfang an prophezeit, dass sich das sogenannte Opt-out als vergiftetes Geschenk erweisen wird. Dabei geht es um die Möglichkeit, dass der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Mitgliedstaaten auch dann verboten werden kann, wenn sie in der EU zugelassen wurden. Auch das hört sich gut an, ist aber nicht gut, weil das ein trojanisches Pferd ist. Die EU-Kommission erwartet nämlich ein schnelles Ja bei den Zulassungen gentechnisch veränderter Pflanzen, wenn die Regierungen in ihren Mitgliedstaaten sagen können, sie werden den Anbau verbieten. Auf meine parlamentarische Anfrage vor einigen Wochen an die Bundesregierung ist genau das die Antwort gewesen. In Brüssel ja, hier nein, vielleicht. Und ich finde auch, das klingt absurd, ist aber so. Das zeigt aber auch das eigentliche Problem. Wenn wir ein EU-Zulassungsverfahren hätten, das gefährliche Pflanzen tatsächlich verhindert, könnten wir uns heute die Debatte ersparen. Das wäre zwar schön, ist aber leider nicht so. Aber gut, ein Anbauverbot in den Mitgliedstaaten wäre besser als nichts, zu dem beim Opt-out genau die Ablehnungsgründe implementiert und verankert wurden, die im Zulassungsverfahren leider fehlen, zum Beispiel die sozioökonomischen Gründe, zum Beispiel agrarpolitische Ziele, zum Beispiel öffentliche Ordnung. Sieht also gut aus, ist aber nicht so. Nicht nur wegen der erheblichen Rechtsunsicherheiten, die Minister Schmidt hingewiesen hat, noch schlimmer ist, dass die Bundesregierung die Bundesländer entscheiden lassen will. Und das ist nun wirklich deutsche Kleinstaaterei. Und zwar gegen die ausdrücklichen Beschlüsse der Landesagrarminister und des Bundesrates für eine bundesweite Lösung. Die werden ja wissen, was sie getan haben. Das nährt meinem Verdacht, dass der Ausstieg aus dem Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen eigentlich sabotiert werden soll. Und ich sage ganz klar, das lassen wir nicht zu. Statt Gefälligkeitsgutachten mit Bedenkenträgerhintergrund wollen wir mal was ganz Neues erleben. Eine Verwaltung, die uns sagt, wie die politischen Mehrheitspositionen umgesetzt werden können und nicht, wie sie verhindert werden. Denn es ist doch längst bewiesen, dass ein möglichst großflächiges Anbauverbot die einzige Chance für den Schutz der gentechnikfreien Landwirtschaft und Ökerei ist. Das Märchen von der Koexistenz zwischen gentechnisch veränderten und konventionell gezüchteten Pflanzen ist doch längst ausgeträumt. Zum Beispiel, weil die Verunreinigungen bei der Ernte, beim Transport, bei der Verarbeitung, bei der Vermarktung nicht oder nur mit sehr hohen volkswirtschaftlichen Kosten verhindert werden können. Und wer zahlt diese Kosten? Nicht Monsanto und Pioneer und wer auch immer, sondern wir alle hier als Steuerzahlerinnen. Deshalb ist ein großflächiges Anbauverbot alles andere als unverhältnismäßig. Und dass ausgerechnet die Union, die beim Mindestlohn gerade ein Bürokratiemonster in unglaublichen Größe an die Wand malt, hier jetzt tatsächlich ein Bürokratiemonster schaffen will, das schlägt nun wirklich irgendwie dem fast das Boden ins Gesicht. Also das ist Absurdistan und es ist auch nicht zu beleugnen. Und um auf Punxs der Tony Phil, das Murmeltier, zurückzukommen, Bill Murray kam am Ende des Films zur Vernunft und wurde erlöst. Bei der Union habe ich noch nicht alles aufgegeben, noch nicht alle Hoffnungen. Und der SPD sage ich viel Erfolg. Vielen Dank. Kirsten Tackmann war das für die Linksfraktion. Und die SPD hat sie, der hat sie viel Erfolg gewünscht. Hören wir mal, was Ute Vogt für die SPD dazu sagt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Tackmann, herzlichen Dank für die guten Wünsche. Auch für unsere gemeinsame Gesetzgebungsarbeit. Ich denke, wir sind zum einen auf jeden Fall dem Minister sehr dankbar, dass er zu einem sehr frühen Zeitpunkt diesen Entwurf bereits vorgelegt hat, nämlich bevor die Richtlinie überhaupt in Kraft tritt. Denn wir wollen vorbereitet sein und wollen unsere Gesetzgebung in Kraft haben, bevor praktisch die EU irgendeine weitere Zulassung von gentechnisch verändertem Saatgut in die Welt setzt. Deshalb danke für die frühzeitige und rechtzeitige Entwurfsfassung. Allerdings sind wir, was den Text des Entwurfs angeht, in der Tat ja noch in einem sehr frühen Stadium. Der Minister hat es ja selbst gesagt. Es geht ja im Moment auch noch nicht mal, es war noch nicht mal in den anderen Ressorts abgestimmt. Und deshalb sind wir auch als Gesetzgeber jetzt in einer sehr guten Lage, die nicht bei jedem Gesetzentwurf so ist, dass wir nämlich von Anfang an auch unsere Kompetenz mit einbringen können. Sonst, Sie kennen das Verfahren, ist es ja häufig so, dass erst die Ressortabstimmung kommt und erst, wenn die Ressorts sich geeinigt haben, hat man überhaupt als Parlament die Chance, sich zu äußern. Und jetzt, dank dieser frühen Veröffentlichung, haben wir ja die Möglichkeit, auch schon sehr früh die wichtigen Punkte zu sammeln und auch die juristischen unterschiedlichen Einschätzungen möglicherweise auch miteinander abzustimmen. Ich will für meine SPD-Fraktion hier sagen, welche Punkte uns wichtig sind in der Umsetzung und der Ausformulierung dieses Gesetzentwurfs. Für uns ist wichtig, dass am künftigen Gesetzentwurf drinsteht, dass wir in Deutschland festlegen, dass wir die Möglichkeit, das Anbauverbot zu nutzen, regelmäßig auch tatsächlich ausüben, dass wir uns praktisch im Gesetzentwurf auch darauf verständigen, dass wir von Anfang an sagen, wenn es Zulassungsanträge gibt, dann gehen wir von Anfang an hin und sagen für Deutschland, wir nutzen das Opt-out, und das ist eine wichtige Grundsatzposition. Der zweite Punkt ist, dass wir dieses Opt-out natürlich auch auf Bundesebene aussprechen wollen, und ich könnte mir vorstellen, Herr Minister, dass wir in der Tat eine Regelung finden können, wo wir von Bundesebene aus auch die regionalen Gegebenheiten beschreiben. Das wäre für mich ein Weg, der ist aber aus meiner Sicht besser, als wenn wir es an die Länder übertragen und warten, bis 16 einzelne Länder ihre Einzelvorschläge machen. Uns geht es schon darum, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt. Da können wir gerne definieren, was es an einzelnen regionalen Besonderheiten gibt. Aber wichtig ist uns, dass die Länder nur für den Fall überhaupt ins Spiel kommen, wenn zum Beispiel eine spätere Bundesregierung sagen würde, sie zieht das Opt-out nicht. Das wäre der Fall, wo die Länder gefragt wären. Ich bin froh, dass wir an dieser Stelle auch die Agrarministerkonferenz mit ihrem Beschluss vom Herbst letzten Jahres an unserer Seite haben, die auch gesagt hat, sie will eine bundeseinheitliche Regelung. Ich denke, wenn wir uns da einig sind, Länder und Bund, dann müssen wir es auch schaffen, die rechtlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie unseren Willen der bundeseinheitlichen Regelung auch entsprechend umsetzen. Unsere Fraktion wäre es am liebsten gewesen, das wissen Sie, wenn es gelungen wäre, einen Verzicht auf grüne Gentechnik EU-weit einzuführen. Das ist noch ein weiter Weg, den wir bestreiten wollen und werden. Da ist, glaube ich, mit dem Opt-out der erste wichtige Schritt gemacht. Wichtig ist uns, dass es keine weitere Kleinteiligkeit gibt und dass wir tatsächlich auch als Gesetzgeber, und das ist das Parlament hier, der Gesetzgeber, jetzt allen unseren Sachverstand nutzen, um eine Regelung zu finden, die sowohl der EU-Richtlinie gerecht wird und auch vor ihr besteht, aber die vor allem den politischen Willen, und so habe ich den Minister verstanden, aller Fraktionen auch umsetzt, dass der Bund das Heft des Handelns in der Hand behält und der Bund die Regelung trifft und wir nicht eine Länderabfrage machen müssen und uns da möglicherweise auch auf schwieriges Terrain begeben, weil wir gar nicht bei jedem Land wissen, wie es dann im Einzelnen formuliert wird. In diesem Sinne freue ich mich auf ein Gesetzgebungsverfahren und finde es gut, dass wir so früh schon die Gelegenheit hatten, auch die inhaltlich wichtigen Punkte zu sammeln. Und wenn wir alle in die gleiche Richtung denken, dann sollten wir auch genügend Fachlichkeit zusammen haben, um den Weg so zu gestalten, wie das Parlament ihn möchte. Frau Kollegin Kult. Kommen Sie bitte zum Schluss. Nächste Rednerin für die SPD war das Ute Vogt ja bei dem Weg über die Bundesländer, wie die Bundesländer eingebunden werden sollen. Da gibt es noch einen kleinen Dissens in der Großen Koalition, aber das hörte sich etwas versöhnlich an von Ute Vogts Seite aus. Und wir sind ja auch noch in einem sehr frühen Stadium. Jetzt geht es in dieser aktuellen Stunde weiter mit Gitta Connemann für die Unionsfraktion. Wenn man Umfragen glauben will, lehnt der Großteil unserer Bevölkerung Gentechnik ab. Umso wichtiger sind Wahrheit und Klarheit von Wissenschaft, Wirtschaft, übrigens auch Medien, NGOs und natürlich von uns der Politik. Zur Wahrheit gehört erstens, in Deutschland gibt es keinen einzigen Landwirt, der Gen-Mais oder Gen-Kartoffeln anbauen oder pflanzen würden. Der Deutsche Bauernverband rät generell jedem Bauern davon ab, übrigens auch aus Haftungsgründen. Das ist die Wahrheit. Zur Wahrheit gehört, das deutsche Gentechnikgesetz gehört zu den schärfsten auf der ganzen Welt. Bei Verstößen drohen drakonische Strafen. Gehaftet wird übrigens auch ohne Schuld. Für dieses Risiko findet sich keine Versicherung. Und wer hat es erfunden? Es waren übrigens nicht die Grünen, sondern die Union. Zur Wahrheit gehört, die EU kann den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen zulassen. Das hat sie in drei Fällen getan. Für das In-Verkehr-Bringen von gentechnisch veränderten Lebens- und Futtermitteln gibt es inzwischen sogar rund 60 Zulassungen. An diesen Zulassungen durch die EU wird sich übrigens auch gar nichts ändern. Neu ist, die Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeiten erhalten, in bestimmten Fällen den Anbau von Genpflanzen zu verbieten. Zur Wahrheit gehört, viertens, die Richtlinie der EU ist noch gar nicht in Kraft. Und trotzdem hat der Minister gehandelt und einen Gesetzentwurf vorgelegt. Respekt, lieber Christian Schmidt. Unser Minister handelt. Andere reden und schwadronieren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Unsofort muss eine Aktuelle Stunde her. Dabei steht der Entwurf doch erst ganz am Anfang. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Besonders stört sie die angedachte Entscheidungskompetenz für unsere Länder. Da entwerfen sie Horrorszenarien. Wir konnten es gerade hören. Chaotische Situationen würden entstehen. Ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen. Sie fordern mit den Ländern eine bundeseinheitliche Regelung. Höre ich da richtig? Sind das dieselben Länder, die sonst immer nach Öffnungsklauseln und Mitbestimmung rufen? Aktuell bei der Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie. Wir wollen mitentscheiden. Aktuell bei der Bundeskompensationsverordnung. Wir wollen mitentscheiden. Und jetzt heißt es auf einmal, wir wollen nicht entscheiden. Der Bund soll es machen. Und was die Flickenteppiche angeht, die Länder könnten gemeinsame Wege gehen. Es ist ihnen unbenommen. Flickenteppiche wären dann schon eher 16 Schulgesetze, jeweils anders gestrickt. Oder eben 30.000 Wasserschutzgebiete mit den unterschiedlichsten Bewirtschaftsauslagen und so weiter und so fort. Das nennt sich Föderalismus. Und den wollen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ja wohl nicht abschaffen. Und nur Mut! Trauen Sie auch Ihren eigenen Agrarministern in den Ländern durchaus etwas zu. Zur Wahrheit gehört, wir wollen rechtssichere Anbauverbote. Und dafür brauchen wir laut EU zwingende Gründe. Und manche Gründe sind eben nicht in allen Regionen gleich zwingend. Und was vor Ort am besten entschieden werden kann, das muss auch vor Ort entschieden werden. Deshalb verbieten sich übrigens generelle bundesweite Anbauverbote. Das haben uns führende Rechtswissenschaftler bestätigt. Und das hat uns bestätigt Renate Künast. Ich darf zitieren aus einer Presseerklärung der damaligen Bundesministerin vom 11. Februar 2004. Ich zitiere. Ein generelles Anbauverbot für gentechnisch veränderte Pflanzen wäre mit EU-Recht nicht vereinbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie sehen mich jetzt etwas irritiert. Ist die Rechtslage immer davon abhängig, wer gerade Minister oder wer Ministerin ist? Ich glaube, das darf nicht sein. Wir halten etwas von Rechtssicherheit, übrigens auch Verfassungsrecht, EU-Recht. Und deshalb ist es gerechtfertigt, dass Herr Minister Schmidt die Entscheidung auf die Länder übertragen will. Und dafür sind wir entsprechend nahenbar. Wahrheit und Klarheit, das verdienen unsere Verbraucher. Dazu gehört übrigens auch eine bittere Erkenntnis. Die Gentechnikfreiheit in Deutschland ist ein Mythos. Auch wenn unsere Bauern keine Pflanzen anbauen, ist Gentechnik heute Alltag. In deutschen Krankenhäusern werden Patienten mit gentechnisch hergestellten Medikamenten und Impfstoffen behandelt. Und es wird viel an Lebensmitteln verwendet, Aminosäuren, Vitamine etc. pp. Lassen Sie uns ernsthaft wahr und klar darüber sprechen. Wir als Union sind dazu bereit und freuen uns auf diese klaren und wahren Auseinandersetzungen mit Ihnen. Herzlichen Dank. Danke schön. Ich darf noch einmal daran erinnern, dass die Debattenzeit in der Aktuellen Stunde auf fünf Minuten pro Rednerin und Redner in unserem gemeinsamen Einverständnis begrenzt wurde. Und ich darf Sie daran erinnern, die auch bitte einzuhalten. Das darf jetzt Eva Bulling-Schröter für die Fraktion Die Linke vormachen. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gentechnik, ja oder nein, mit dieser Grundsatzfrage beschäftigen wir uns ja hier im Hause schon über viele Jahre. Und ich denke, der Widerstand ist groß und wir sind schon sehr weit gekommen. Darum möchte ich mich an dieser Stelle bei den vielen aktiven Menschen bedanken, die sich für den Schutz der Gesundheit, für die Umwelt und für die genetische Vielfalt der Natur in unserem Land einsetzen und für die vielen aktiven Bürgerinitiativen. Vielen Dank. Ja, der Umgang mit der Gentechnik-Frage, und darum begrüße ich auch die aktuelle Stunde hier, ist trauriger Beleg für den fatalen Politikstil dieser Bundesregierung. Wie unklar die große Koalition mit Fragen umgeht, die wirklich vielen auf den Nägeln brennen, wird wieder einmal deutlich, sie reagieren einfach nicht auf die Sorgen der Leute. Und ich teile da mit vielen das ungute Gefühl, dass die Menschen nicht mehr ernst genommen werden. Die Ablehnung der Gentechnik geht mittlerweile durch alle Parteien. Umso verwunderlicher und umso dreister ist es, dass die Koalition hier nicht eindeutig handelt. Das erwarten wir und die Menschen vor Ort. Bei der Regierung sehe ich sogar wachsende Missachtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich sage mal warum. Es fängt beim Koalitionsvertrag an. Da steht zur grünen Gentechnik. Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik an. Und dann sagen Sie Ihren Kindern also, wir erkennen eure Vorbehalte gegenüber der versalzenen Suppe an. Aber ausliefeln müsst ihr das trotzdem. Vorbehalt schauen Sie in den Duden. Geltend gemachtes Bedenken gegen eine Sache, die man sonst dem Ganzen zustimmt. Zustimmung zur Gentechnik gibt es aber nicht. Ende Januar hat eine Forsa-Umfrage gezeigt, dass Gen- und Klontechnik von 70 beziehungsweise 71 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher abgelehnt wird. Wer davon vorbehalten spricht, der zieht die Sorgen der Bevölkerung ins Lächerliche. Im Koalitionsvertrag ist übrigens auch nichts zur Gentechfreiheit zu finden. Nur solche verschwurbelten Formulierungen wie an der Null-Toleranz gegenüber nicht zugelassenen gentechnisch veränderten Bestandteilen in Lebensmitteln halten wir fest. Erst nicht ernst nehmen und dann auch noch veräppeln. Und da verplappert sich der Herr Wirtschaftsminister Gabriel auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Bei TTIP seien wir in Deutschland ein wenig schwierig, weil wir so reich und hysterisch seien. So also redet der Vizekanzler über das Verfassungsprinzip. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Da hat jemand wirklich mal die Hosen runtergelassen, meine Damen und Herren. Und ich finde, das ist eine ganz neue Form der Transparenz bei der SPD. Wir erleben hier eine Vertrauenskrise und die Menschen vor Ort auch. Statt zu sagen, wir steigen aus, basta, ist vom ominösen Opt-out die Rede. Und es geht um die Frage von Souveränität, und zwar von Staaten. In der Zulassungsphase bei Monsanto und Bayern betteln, ob man verschont wird, wo ist da eigentlich unsere Selbstachtung geblieben? Und ich halte das wirklich für unwürdig. Und wer macht das wirklich im Ernst? Erst genehmigen auf EU-Ebene und dann zwingen, die Gründe für eine Einschränkung vorzubringen, das wird auch vor Gericht schwierig. Aber dann wenigstens auf Bundesebene. Und Herr Miersch, lieber Matthias, du hast im Mai 2004 noch Applaus von der Union bekommen, als du wörtlich fordertest, dass ein Parlament jederzeit von einer nationalen Ausstiegsklausel Gebrauch machen können muss. Und dann, meine ich, dann sollten wir gemeinsam kämpfen, dass es nicht zu einer Bundesländerausschlägslausel kommt mit einer zersplitterten Rechtslage. Denn dann können sich die Konzerne wirklich freuen. Statt einen können sie 16 Richter wählen, frei nach dem Motto, einer wird schon umfallen. Und was uns ins Haus steht, wenn TTIP fertig geheim verhandelt ist, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt also, wir brauchen dringend eine bundeseinteilige Regelung. Wenn Sie noch einen Restrespekt vor dem Bürgerwillen haben, dann verbieten Sie Gentechnik auf dem Acker, und zwar bundesweit. Vielen Dank, das sagt Eva Bulling-Schröter für die Linksfraktion und den nächsten Redner. Den hat sie quasi schon angesprochen. Matthias Miersch wird das sein für die Sozialdemokraten, der umweltpolitische Sprecher der Fraktion. Herr Minister Schmidt, ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie hier noch einmal das Ziel bekräftigt haben, dass wir in der Tat alles versuchen, um die Vorbehalte der Bevölkerung anzuerkennen und angemessen zu reagieren. Ich bin Ihnen auch dankbar dafür, dass Sie gesagt haben, Sie sind für Argumente offen. Wir sind in einem frühen Stadium. Und ich gebe Ihnen auch recht, dass ich fest davon ausgehe, dass alles, was wir tun hier gesetzgeberisch, auch in Europa, beklagt werden wird. Weil das, was wir hier vor uns haben, ist Neuland, ist juristisches Neuland, wenn es um eine Ausstiegsklausel geht. Deswegen, ohne unsere Zunft zu schlecht zu machen, denn wir sind beide Juristen, natürlich ist es so, dass die absolute Rechtssicherheit nicht herzustellen ist. Sie werden in diesem Land, Sie werden in Europa, Sie werden weltweit immer jemanden finden, der für das eine oder andere auch ein Gutachten schreibt. Spannend ist es dann manchmal zu gucken, für wen die denn vorher mal tätig waren. Aber deswegen glaube ich, die absolute Rechtssicherheit bekommen wir vielleicht durch eine obergerichtliche Entscheidung irgendwann mal in vielen Jahren. Aber wir müssen politisch, nach meiner Auffassung, auch deutlich sagen, wo wir hinwollen. Und deswegen sage ich Ihnen, wir müssen alles versuchen, dass es eine bundeseinheitliche Ob-out-Regelung gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das, lieber Harald Ebner, wollen wir gemeinsam in dieser großen Koalition durchsetzen. Die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat sich insofern ja auch ganz deutlich schon positioniert. Und ich will Ihnen, Herr Minister, ein paar Argumente einfach nennen, über die wir vielleicht dann auch in den nächsten Wochen miteinander diskutieren können, spätestens hier im Parlament. Erstens, die gesamte Richtlinie, um die es geht, spricht davon, dass Mitgliedstaaten von der Ob-out-Regelung für ihren gesamten Bereich oder von Teilen Gebrauch machen können. Insofern, der Wortlaut der Richtlinie ist nach meiner Auffassung völlig eindeutig. Das Zweite, wir haben eine wegweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2010. In dieser Entscheidung hebt das Bundesverfassungsgericht ganz ausdrücklich hervor, dass die Kompetenz zur Gesetzgebung beim Bund liegt, weil man kein Interesse an einer Zersplitterung in diesem Bereich haben kann. Und deswegen muss es eine bundeseinheitliche Regelung geben, aus meiner Sicht. Und sie ist gestützt von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn wir uns dann die einzelnen Ausstiegsgründe angucken, in der Richtlinie, in der Innenrichtlinie, dann stellen wir fest, dass ein Ob-out-Grund einer bundespolitischen Entscheidung agrarpolitische Ziele sein können. Und ich kann Ihnen aus meiner Praxis als Anwalt sagen, Herr Schmidt, In den Fällen, wo es zu Verunreinigungen in den letzten Jahren gekommen ist, war es nicht nur eine Sache im Bereich des Saatguts, im Bereich eines Bundeslandes, sondern es zog sich vom Norden bis zum Süden und die Landwirte waren betroffen. Insofern, gerade auch im Interesse der Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland, im Interesse unserer agrarpolitischen Ziele brauchen wir eine einheitliche Regelung. Der zweite Grund, der genannt wird, in der Richtlinie selbst, sind es sozioökonomische Auswirkungen. Ja, diese sozioökonomischen Auswirkungen sind nur bundesweit zu betrachten. Die können wir nicht länderspezifisch betrachten. Und insofern auch das ein klarer Hinweis dafür, dass eine bundespolitische Regelung bzw. eine bundeseinheitliche Regelung vom europäischen Gesetzgeber jedenfalls eindeutig gemeint ist. Das dritte sind umweltpolitische Gründe. Und hier will ich auf einen Aspekt mal eingehen, der immer so hinten wegfällt. Wir haben nach wie vor bei dem Thema Gentechnik die Bienenproblematik. Die machen an Ländergrenzen nicht halt. Auch das ein Aspekt, dass wir eine bundespolitische Ob-out-Regelung brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das vierte ist schließlich die öffentliche Ordnung. Auch das ein deutlicher Grund, der dafür spricht, dass es eine bundespolitisch einheitliche Lösung bekommt. Und deswegen freue ich mich, dass zum Beispiel die bayerische Ministerin heute noch mal erklärt hat, erinnert hat an den Bundesratsbeschluss und für eine bundeseinheitliche Lösung geworben hat. Insofern, wir haben hier, glaube ich, einen großen Konsens und wir können uns nähern und wir müssen das jetzt diskutieren. Das schließt nicht aus, dass, worauf Sie auch hinweisen, es Kernkompetenzen der Länder gibt, beispielsweise im Bereich der Raumordnung. Und da werden wir überlegen müssen, wie wir das intelligent miteinander verknüpfen. In diesem Sinne freue ich mich auf die Debatte und sage eins noch. Ich wünsche mir, dass wir eigentlich gar nicht zu einer Ob-out-Regelung kommen, sondern dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten, immer wenn es um eine Zulassung auf europäischer Ebene geht, erst mal dagegen votieren. Da freue ich mich auch auf die Bundesregierung in Zukunft mit einer hoffentlich sehr klaren, ablehnenden Haltung in Brüssel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Nicole Mays das Wort. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Kollege Milch, das war eine sehr schöne Rede, klar und gut argumentiert. Ihr Problem ist nur, der Agrarminister ist Christian Schmidt. Und geklatscht hat bei Ihrer Rede auch der ein oder andere Grüne, aber niemand bei der Union. Und ich finde es schon bezeichnend, dass auf der Grünen Woche Ihr Koalitionspartner, der CDU-Minister gesagt hat, er möchte keinen Flickenteppich bei der Gentechnik. Und jetzt wird klar, dass das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, das Sie ja auch zitiert haben, dass die Bedenken der Bevölkerung ernst genommen werden, eben nicht für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land gelten soll, sondern nur für die, deren Landesregierung willens und in der Lage ist, ein Verbot auf Länderebene zu administrieren und politisch durchzusetzen. Und beim Thema politisch durchzusetzen, habe ich doch schon so ein, zwei Wackelkandidaten vor meinem geistigen Auge. Kollege de Vries in Sachsen-Anhalt hat bestimmt schon Hoffnung, dass in seinem Bundesland gegebenenfalls Öffnungen passieren. Und deshalb finde ich es nicht richtig, einen Flickenteppich zu machen. Deshalb streiten wir für eine nationale Lösung. Ich finde, die Gentechnikpolitik der Union ist an diesem Schaustück, das Sie hier zeigen, sehr gut zu sehen. Zuerst hintertreiben Sie in Brüssel alles, was uns die Gentechnik vom Acker und vom Teller fernhalten soll. Sie blockieren sinnvolle Vorschläge des Europäischen Parlaments. Sie winken jede Importzulassung durch. Dann feiern Sie sich groß für Opt-out und für die Möglichkeit, Gentechnik national verbieten zu können. Und jetzt, wo es die Möglichkeit gibt, wollen Sie die nicht nutzen. Das kann doch bitte schön nicht Ihr Ernst sein. Und an dieser Stelle, Kollegin Connemann, Sie haben Renate Künast von 2004 zitiert. Da kann man nur sagen, ja, jedes Zitat hat auch seine Zeit. Seit 2004 hat sich der Rechtsrahmen geändert. Seitdem haben wir Opt-out. Also man kann sich entweder für Opt-out abfeiern, aber dann muss man anerkennen, dass es vorher eine andere Rechtslage war. Oder es gibt eben keine neue Rechtslage. Aber dann ist es hier auch völlig absurd, Renate Künast ins Feld zu führen, um ihr vermurkstes Opt-out hier gut zu reden. Ich finde, es hat eine gewisse Berechtigung, großes Vertrauen in die Bundesländer zu haben. Ein großer Teil von denen wird ja von grünen Agrarministerinnen und Agrarministern regiert. Die zeigen klare Kante bei der Gentechnik, anders als sie. Aber trotzdem bleibt und ist es falsch, den Anbau von Gentechnik auf Landesebene regeln zu wollen. Ich finde, es ist eine sehr durchsichtige Strategie derjenigen in der Union, die der Gentechnik immer schon Tür und Tor öffnen wollen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, die sogenannte Koexistenz, von der Sie immer sprechen, die ist eine Illusion. Wer Koexistenz will, der öffnet Monsanto, Syngenta und allen anderen die Tür. Der schadet den Verbraucherinnen und Verbraucher und der führt Landwirte in die Abhängigkeit von Gentechnikkonzernen. Wir Grüne sagen klar, wir wollen keine Gentechnik auf unseren Äckern, keine Gentechnik auf unseren Tellern und zwar in keinem Bundesland. Das ist grüne Position. Da haben wir die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land hinter uns. Und wir wissen aber, dass der Minister da nicht so ganz klar ist. Er hat ja beim Thema TTIP-Verhandlungen auch schon angeboten, man könnte die europäische Gentechnik-Kennzeichnung opfern. Wir sollen dann alle in Zukunft mit unserem Handy über die Barcodes im Supermarkt gehen. Das wäre Information genug. Ich finde, wer so beim Thema Gentechnik agiert, da ist ganz klar, woher der Wind weht. Hier möchte jemand die Tür für etwas aufmachen, das wir nicht wollen. Meine Damen und Herren, es ist bezeichnend, wenn man sich die Pressemitteilungen der CSU zum Thema Gentechnik anguckt. Zur Erinnerung, die regieren auch auf Bundesebene, nicht nur in Bayern. Da geht es immer nur um die bayerischen Äcker, um die bayerischen Bauern, um die bayerischen Verbraucher. Und ich finde, hier muss man einer Partei, die auf Bundesebene regiert, auch mal wieder zurufen. Auch nördlich von Aschaffenburg leben Menschen. Auch nördlich von Aschaffenburg wird Landwirtschaft in diesem Land betrieben. Und auch nördlich von Aschaffenburg wollen die Leute keine Gentechnik. Und jetzt hat Ihr Innenminister Herrmann ja angekündigt, es soll wieder Grenzkontrollen in Bayern geben. Aber da muss man Ihnen sagen, dass sich Bienen und Pollen an solche Grenzkontrollen nicht halten. Es ist eine absurde Vorstellung, dass man eine Inselpolitik bei der Gentechnik für Bayern machen kann. Und ich glaube, die Menschen in Bayern und auch die Landwirte in Bayern werden dieses falsche Spiel durchschauen. Ja, wir haben festgestellt in dieser Debatte, mit der Union ist bei der Gentechnik kein Staat zu machen. Wir haben Interessantes von Ute Vogt, von Kollege Mirsch von der SPD gehört. Jetzt müssen Sie zeigen, ob Sie Biss haben in dieser Frage. Sie stehen diametral gegen das, was die Union hier in dieser Sache vorgetragen hat. Ich finde, das ist jetzt die Nagelprobe für die SPD. Wenn es Ihnen nicht gelingt, ein einheitliches nationales Anbauverbot für gentechnisch veränderte Pflanzen durchzudrücken, dann haben Sie Ihre Glaubwürdigkeit agrarpolitisch und in der Gentechnikfrage ein für allemal verspielt. Vielen Dank. Das ist Nicole Maisch war, das ist die Sprecherin für Verbraucherschutz der Grünen-Fraktion. Und ihr folgt jetzt hier Franz-Josef Holstenkamp für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie haben die Aktuelle Stunde ja beantragt zu diesem Thema. Ich habe genau zugehört bei Ihnen. Das, was Sie hier heute hier von diesem Pult erzählt haben, ich kann Ihnen nur zurufen, der Karneval ist vorbei. Kommen Sie bitte zurück in die Realität, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst würdigen, dass Bundesminister Schmidt Wort gehalten hat, nämlich zügig und frühzeitig einen Gesetzentwurf für die nationale Umsetzung der Opt-out-Regelung vorzulegen. Das hat er gemacht. Das hat er vor Inkrafttreten der EU-Änderungsrichtlinie. Ich finde, das ist erst mal beispielhaft für uns als Parlament. Herzlichen Dank, Herr Minister Schmidt, dafür. Letzten Freitagabend ist die Ressortabstimmung eingeleitet worden, also erst vor wenigen Tagen. Ich bin gespannt, wie der Rücklauf ist. Und ich will auch für unsere Fraktion hier sagen, wir sind offen für gute Ideen, aber sie müssen auch umsetzbar sein. Bitte schön. Und ich empfehle uns allen, meine Damen und Herren, weil wir eben ganz am Anfang dieser Diskussion und Debatte stehen, machen wir das unaufgeregt, machen wir das entspannt, gehen wir die Dinge gründlich Schritt für Schritt oder arbeiten wir sie Schritt für Schritt ab, dann kommen wir auch zu einem vernünftigen Ergebnis. Also lassen Sie den Klamauk, der bringt uns nicht weiter. Weil wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Wir alle, wir Fraktionen hier im Bundestag sind uns einig, die Opt-out-Regelung umzusetzen. Wir wollen hierfür einen rechtlichen Rahmen schaffen, dass bundesweit der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen flächendeckend untersagt wird. Und wir wollen das möglichst, Herr Miersch, rechtssicher machen. Sie haben ja mal recht, vor Gericht und auf hoher See ist man im Gottes, nur in Gottes Hand. Wir kennen den Spruch, aber wir wollen möglichst rechtssicher sein. Und dass der Bund unter Unionsregierung hier immer auch engagiert unterwegs war schon, auch jetzt schon in der letzten Legislaturperiode, zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass in der letzten Legislatur Frau Eichner den Mon 810 wegen der Gefahr für die Marienkäfer verboten hat. Also der Bund steht in Verantwortung, aber hier geht es insbesondere um rechtssichere Umsetzung. Und der Einklang mit dem EU-Recht, der ist schon angesprochen worden, wir müssen sauber begründen. Es muss verhältnismäßig sein, meine Damen und Herren. Denn wir dürfen nicht diskriminieren. Und die Entscheidung muss auf zwingenden Gründen beruhen, weil wir das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Eigentum und Berufsausübung in unserem Land einschränken. Das muss uns bewusst sein. Und deshalb reichen generelle Behauptungen einfach nicht aus. Wir wissen, dass im Gesamtverfahren als erstes die EU, die EFSA dort, die zuständige Behörde prüft, und zwar den allgemeinen Schutz der Gesundheit für Mensch, für Tier und für Umwelt. Und dass man so eine allgemeine Argumentation für eine Ablehnung im Opt-out-Verfahren somit nicht ausreichend ist. Und damit auch zwingende Gründe mit regionalen Begebenheiten belegt werden müssen. Und meine Damen und Herren, wir wissen doch, die Regionen in Deutschland sind total unterschiedlich. Wir haben die Inseln mit besonderen Gegebenheiten. Wir haben große landwirtschaftliche Betriebe, Beispiel Tausende Hektar arrondiert im Osten unseres Landes. Was machen wir denn? Wie wollen wir es begründen, wenn mittendrin, vollkommen unschädlich gegenüber der Umwelt und sonstigen Dingen, wenn mittendrin eine kleine Fläche GVO-Pflanzen angebaut werden sollen? Also hier müssen wir schon rechtssicher vorgehen. Und Frau Connemann hat das eben argumentiert. Ich wundere mich schon, dass die Länderminister und da allen voran die grünen Länderminister hier sich ein Stück weit der Verantwortung entziehen wollen und sich einen schlanken Fuß machen wollen, meine Damen und Herren. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will abschließend noch, weil wir zu Beginn des Verfahrens sind und uns am Beginn des Verfahrens befinden, einen Wunsch äußern, der mir persönlich ein Anliegen ist mit unserer Ablehnung der Gentechnik. Und ich habe das hier das eine oder andere Mal schon angesprochen. Geht uns auch Kompetenz, Wissenskompetenz verloren? Und dazu möchte ich sagen, dass wir in diesem Verfahren, das ist mein Wunsch, auch miteinander diskutieren, wie wir die Wissenskompetenz als Hochtechnologieland Deutschland dann wirklich erhalten können. Ich möchte nicht, dass wir von Wissen anderer Länder abhängig sind. Und, meine Damen und Herren, wir wissen auch nicht, was in 10, 15 oder 20 Jahren ist. Was gibt es dort für Entwicklungen, für neue Erkenntnisse, meine Damen und Herren. Aber ich weiß jetzt, Herr Kollege, dass Ihre Redezeit zu Ende ist. Ich halte mich daran, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf eine intensive gemeinsame Debatte. Und ich bin sicher, wenn wir es in der Sache ernst meinen und ernst nehmen, dann kriegen wir ein gutes Ergebnis hin, und zwar Deutschland als Ganzes gemeinsam, so wie Sie es gesagt haben, mit den Bundesländern. Vielen Dank. Nächster Redner ist René Röspel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in den letzten Jahren sehr häufig und sehr kontrovers hier im Deutschen Bundestag über grüne Gentechnik diskutiert. Und eins ist über die Jahre geblieben, nämlich eine große Skepsis gegenüber Agro-Gentechnik, gegenüber grüner Gentechnik auf dem Acker. Und das hat viel mit Gefühlen, mit Einschätzungen und Emotionen zu tun. Und ich habe in den letzten Jahren versucht, als Forschungspolitiker, aber auch als Biologe, das Ganze auf eine wissenschaftliche Basis mal zu stellen und mir anzuschauen, welche wissenschaftlichen Publikationen es eigentlich über die Auswirkungen von Gentechnik gibt. Und da gibt es eine ganze Menge über grüne Gentechnik. Und da kann man einen Stapel machen, in dem dann zu finden ist Einschätzungen, dass grüne Gentechnik keine großen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben, dass sie keine Bedenken haben, dass das Risiko gering ist. Aber es gibt auf der anderen Seite eben auch eine Reihe von Publikationen, die genau das Gegenteil sagt. Die sagt, die Auswirkungen sind möglicherweise groß, die sind nicht einzuschätzen. Und man muss mit Gentechnik vorsichtig umgehen. Und beide wissenschaftlichen Strömungen haben eins gemeinsam. Sie begrenzen sich immer und beschränken sich immer nur auf einen kleinen Teil, auf einen kleinen Ausschnitt, auf einen kleinen Raum, auf ein paar Äcker oder eben auf einen kleinen Zeitraum, wobei die Ausbringung von gentechnisch veränderten Pflanzen eigentlich einer ganz langen Zeitbetrachtung bedarf. Denn man wird in 10, 20, 40 Jahren vielleicht erst merken, welche Konsequenzen daraus sich ergeben. Denn das ist auf Anhieb gar nicht zu sehen. Mein Fazit also ist, dass es eigentlich keine wissenschaftlich eindeutige Handlungseinleitung gibt, für Politik zu sagen Ja oder Nein. Deswegen muss man die Entscheidung auf einer anderen Ebene treffen. Geht man den Weg der USA beispielsweise, die da recht fortschrittlich oder forsch sind und sagen Wir bauen einfach mal gentechnikveränderte Pflanzen auf großen Flächen an und schauen, was passiert und versuchen, das in den Griff zu kriegen. Es sind mehrere Millionen Hektar schon, die gentechnisch verändert dort angebaut werden. Oder geht man den Weg Deutschlands, der seit Jahren eben ein zurückhaltender, ein beobachtender, ein vorsorglicher Weg ist. Und vielleicht ist es so, dass man in 50 Jahren in den USA feststellen wird, Mensch, der Anbau gentechnischer Pflanzen war überhaupt kein Problem. Dann war es kein Problem. Es kann aber auch sein, dass es genau anders ist. Dass man eben dann merkt, dass man sich etwas auf den Acker geholt hat, was große Probleme darstellt, aber eben auch nicht mehr rückholbar ist. In 50 Jahren ist es dann nämlich zu spät. Und dann hinterlässt man eben künftigen Generationen ein Problem, mit dem sie nicht umgehen können. Wir haben uns als SPD vor vielen langen Jahren für den anderen Weg entschieden, nämlich zu sagen, wir wollen erst sicherstellen, dass wir wirklich künftigen Generationen keine Last hinterlassen und Vorsorge betreiben. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen keinen Anbau gentechnischer Pflanzen auf unseren Äckern. Und die Grünen haben sich vor vielen Jahren auch dafür entschieden. Und deswegen war es ganz gut, dass wir 1998 gemeinsam eine Regierung gebildet haben, um in einem Umfeld, das ganz anders aussah, nämlich auf europäischer Ebene, wo es ganz viele Bestrebungen gab, gentechnische Pflanzen auf den Acker zu bringen, wo es auch eine Opposition in diesem Haus gab. Frau Connemann, da kann ich ja nicht drüber hinweg, auch ins Protokoll zu gucken, wo Union und FDP in der überwiegenden Zahl eindeutig auf der Linie waren, Gentechnik auch auf den Acker zu bringen. Das war auch so. Und in dieser Situation hat, glaube ich, Rot-Grün einen vernünftigen Weg gefahren, einen besonderen Weg mit Gentechnik umzugehen. Und übrigens hat die SPD diesen Weg auch fortgesetzt in der Großen Koalition ab 2000 bis 2009. Und den setzen wir jetzt auch fort. Das heißt, wenn es eine Konstante gibt beim vernünftigen Umgang mit Gentechnologie in Deutschland, dann ist es tatsächlich die Sozialdemokratie. Und da finde ich auch an die Grünen gerichtet, was das etwas Aufgebauschte vorhin anbelangt. Sie können sich auf uns verlassen und alle anderen übrigens auch, dass wir diesen Weg fortsetzen werden, auch in dieser Koalition. Und es gibt gute Gründe, ein bundesweites Anbauverbot eben auch zu fordern. Wir sind auf europäischer Ebene ja weiter, dass eben eine Opt-out-Regelung kommen wird, die es den Mitgliedstaaten erlaubt, auf nationaler Ebene Anbauverbote zu erlassen. Und Matthias Miersch hat das hervorragend ausgeführt, dass eigentlich alles spricht, dass man auch rechtssicher diesen Weg eines bundesweiten Anbauverbotes gehen werden kann. Und das ist genau unsere Position, die wir auch für richtig halten. Sie können sicher sein, alle Fraktionen und auch die Menschen in diesem Land, dass die SPD wieder sich dafür einsetzen wird, dass es keinen Anbau gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland geben wird. Wir werden uns auch im Gesetzesverfahren, das jetzt kommen wird, mit unserer Ministerin Barbara Hendricks als Umweltministerin dafür einsetzen, damit es nicht 16 unterschiedliche Ansätze geben muss, die Länder das regeln zu lassen, sondern ein bundeseinheitliches, bundesweites Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner Röspel war das für die Sozialdemokraten. Und jetzt erwarten wir Kirste Fries für die Unionsfraktion als nächsten Redner hier. Frau Präsidentin! Meine liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Wir diskutieren in dieser Aktuellen Stunde über die Gesetzesvorlage des Bundesministers zur Umsetzung der Opt-out-Richtlinien. Die Haltung der Bundesregierung hat der Bundesminister in dieser Debatte schon überzeugend dargelegt. Die Gründe, die zu einem Anbauverbot von in der EU zugelassenen gentechnisch geänderten Pflanzen führen können, sind in fachlicher und juristischer Hinsicht von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Gentechnik und des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft beleuchtet worden. Und dabei wurde deutlich, dass viele, so nicht alle Verbotsgründe, eindeutig lokal oder regional nur greifen können. Denn es lässt sich nicht bestreiten, wer der deutschen Landwirtschaft kennt, soll das bestätigen, dass die Agrarbetriebsstrukturen und auch die Gesetze und die Landschaftselemente, die Raumordnungen etc. in unseren Bundesländern unterschiedlich sind. Sehr unterschiedlich. Und nur indem wir diese Argumente zusammenführen, können wir zu einem rechtlich sicheren nationalen Verbot kommen und dafür sorgen, dass es in Deutschland keinen Fleckenteppich gibt und so der Wunsch der meisten in unserem Land nachkommen. Meine Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch zwei andere Aspekte dieser Gentechnik-Diskussion noch einmal aufmerksam machen. Zum Ersten weise ich darauf hin, dass mit der Opt-Out-Richtlinie, ich zitiere, nicht verhindert werden soll, dass biotechnologische Forschungsarbeiten durchgeführt werden. Ich begrüße ausdrücklich, dass Forschungstätigkeiten weiterhin in Europa möglich sind. Einerseits, damit wir in der Zukunft unsere eigenen Argumente haben in Zulassungsverfahren. Andererseits, und nicht weniger wichtig, möchte ich weltweite Entwicklungen, die vielleicht auch für uns in Deutschland mal attraktiv sein könnten, nicht verschlafen. Frau Mais, ich habe überhaupt keinen Bedarf, gentechnisch geänderten Pflanzen anzubauen. Alles, was mir jetzt angeboten wird, ist einfach zu teuer und bringt nicht zu besseren Betriebsresultaten bei. Aber da ich nicht in die Zukunft gucken kann, und das habe ich schon mal erklärt, möchte ich gerne nicht ausschließen, dass das mal ändern kann und dass wir tatsächlich auch in Deutschland mal Bedarf kriegen an diese Produkte. Und zum Schluss, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn wir es ehrlich meinen, mit der Transparenz und Wahlfreiheit für den Verbraucher, dann vermisse ich und mit Name bei meinen sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der Grünen das Engagement, das sie bei vielen anderen Wünschen zeigen. Kämpfen Sie mit uns für die einfache und klare Kennzeichnung, produziert mit Hilfe von Gentechnik. Dann hätten wir die Transparenz und dann hätten wir die Wahlfreiheit, die Sie immer so vehement fordern. Und vielleicht kann es dazu beitragen, dass wir in diese komplette Diskussion wieder zur Sachlichkeit kommen. Was mir diese Stunde gezeigt hat, ist, dass wir das unbedingt brauchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Marlene Mochtler, CDU-CSU-Fraktion. Applaus Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Wir wollen den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland schnell und wirkungsvoll verbieten. Das ist die klare und eindeutige Haltung der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Nicht aus ideologischen oder fortschrittsfeindlichen Gründen. Ich halte oder wir halten Anbauverbote aufgrund einer schlichten Abwägung für den richtigen Weg. Erstens wissen wir einfach noch zu wenig über die Folgen des GVO-Anbaus auf komplexe Ökosysteme. Wie wirken sich Resistenzen gegen Schädlinge aus? Kann es Auskreuzungen geben? Und welche Folgen hätten diese für andere Arten? Zweitens, wir wissen, dass der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in kleinträumigen Agrarstrukturen durch Windeinträge zu Beeinträchtigungen der GVO-freien Landwirtschaft führen kann. Und das wollen wir verhindern. Drittens, die Menschen im Land haben einfach kein Vertrauen in diese Technologie. Uns ist aber sehr an einem vertrauensvollen Miteinander von Landwirtschaft und Verbrauchern. Und viertens, bringt der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland einfach keinen relevanten Vorteil. Das mag in Spanien oder Nordafrika anders sein. In Deutschland jedenfalls brauchen wir den GVO-Anbau nicht. Deshalb haben wir uns als CSU-Landesgruppe vor einem Jahr mit Nachdruck für eine Zustimmung Deutschlands zum Opt-out-Vorschlag eingesetzt und hart an einem gemeinsamen Antrag mit unserer Großen Schwester und mit der SPD hier im Deutschen Bundestag gearbeitet. Beides hat viel dazu beigetragen, dass der gordische Knoten hier in Berlin und wenig später in Brüssel durchschlagen werden konnte. Jetzt geht es darum, den Sack zuzumachen. Das Gentechnikgesetz so zu ändern, dass wir in Deutschland schnell und rechtssicher Anbauverbote verhängen können. Wer diese Anbauverbote verhängt, der Bund, die Länder, beide gemeinsam, das kann nicht die Kernfrage sein. Es muss aus meiner Sicht darum gehen, dass diese Verbote a. schnell kommen und b. was noch wichtiger ist, einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. Das ist für mich die Messlatte. Lieber Herr Minister, lieber Christian, du bist ja noch da. Ich weiß aus vielen Gesprächen, wie intensiv du dich selbst mit dieser Frage auseinandergesetzt und beschäftigt hast, wie man hierbei am besten vorgeht, wie du, wie wir alle zur besten Lösung kommen. Ich danke dir sehr, dass du einen Entwurf, wir haben es heute mehrfach gehört, in die Ressortabstimmung gegeben hast, bevor die Opt-out-Richtlinie überhaupt in Kraft getrieben ist. So etwas hat wirklich seltenheitswert. Ich erkenne auch, dass dieser Vorschlag einzig an diesen Zielen Schnelligkeit und Rechtssicherheit orientiert ist und nicht daran, wofür man in diesem Haus am meisten Beifall erhält. Das ist Politik im Sinne der Sache und im Interesse der Menschen in unserem Land. Meine Damen, meine Herren, die zentrale Herausforderung, wenn man ein Anbauverbot aussprechen will, ist die wasserdichte Begründung. Es ist nicht jeder x-beliebige Grund geeignet, ein Anbauverbot zu begründen. Sondern nur die, die in der Richtlinie aufgezählt sind. Die Umweltpolitik, die Stadt- und Raumordnung und die Vermeidung von GVO-Anträgen. Wenn ich die Liste der Gründe lese, dann frage ich die Befürworter eines bundeseinheitlichen Vorgehens schon, wie denn eine Bundesbehörde nachweisen soll, dass ein Anbauverbot aus Gründen der örtlichen biologischen Vielfalt zwingend erforderlich sei. Oder dass es erforderlich ist, weil in der konkreten Situation vor Ort Koexistenzmaßnahmen nicht möglich sind. Nach allem, was mir bekannt ist, liegen solche Informationen dem Bund überhaupt nicht vor. Deshalb sage ich, mit Anbauverboten, die pauschal für das ganze Land verhängt werden, ist keinem geholfen. Das sind nur Scheinlösungen. Denn sie werden der ersten Klage zum Opfer fallen. Lassen Sie das Gesetz uns also so ausgestalten, dass Anbauverbote detailliert begründet werden. Denn nur so werden sie Bestand haben. Und deswegen finde ich den Vorschlag unseres Bundesministers sehr plausibel, schnell und rechtssicher. Darum muss es gehen. Ich danke Ihnen. Danke schön. Marlene Mordler war das für die CSU-Landesgruppe. Sie die ernährungspolitische Sprecherin. Und jetzt der letzte Redner in der Aktuellen Stunde, Hermann Ferber für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen. Ich möchte zunächst einmal drei grundsätzliche Bemerkungen zur Gentechnik und zur tatsächlichen und auch zur rechtlichen Lage in Deutschland machen. Erstens. Es gibt derzeit keine gentechnisch veränderte Nutzpflanzen, deren kommerzieller Anbau sich in Deutschland lohnt. Zweitens. Die in Deutschland galtenden Haftungsregelungen, das wurde ja schon mehrfach angesprochen, und auch die Abstandsregeln werden auch in Zukunft den kommerziellen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen wirtschaftlich extrem unattraktiv machen. Es lohnt sich für die Landwirte einfach nicht, genveränderte Pflanzen anzubauen, und deshalb werden sie das auch nicht machen. Drittens. Ich bin sehr dafür, dass der Verbraucher wirklich Wahlfreiheit hat, was er konsumieren will. Und dafür ist eine umfassende Prozesskennzeichnung notwendig. Und das darf nicht nur die grüne Gentechnik betreffen, das darf sich auch nicht nur bei Lebensmitteln handeln. Alle Produkte, die in irgendeiner Form während des Herstellungsprozesses mit Gentechnik in Berührung gekommen sind, müssen gekennzeichnet werden. Erst dann, und meine Damen und Herren, wirklich erst dann, wenn alles gekennzeichnet ist, hat der Verbraucher echte Wahlfreiheit. Und dafür setzen wir uns ein. Ich bin überzeugt davon, hätten wir diese Kennzeichnung in den letzten Jahren schon gehabt, dann hätten sich viele Mythen über die Gentechnik gar nicht erst entwickelt. Denn dann wüssten die Verbraucher bereits heute, wie oft sie mit gentechnisch veränderten Produkten in Kontakt kommen. Und wenn hier heute schon gesagt wurde, vom gentechnikfreien Teller oder auch gentechnikbetrug, gentechnikfreie Lebensmittelproduktion, entspricht es einfach nicht der Realität. In zahlreichen Lebensmitteln sind heute genveränderte Organismen vorhanden, ganz unabhängig davon, ob es von genveränderten Pflanzen stammt oder nicht. Aber nun zum Opt-out-Verfahren. Dieses Verfahren ist ein typisch europäischer Kompromiss. Keiner ist damit zu 100 Prozent zufrieden, aber es ist eine Grundlage, mit der man arbeiten kann. Und ich bin froh, dass man eine europaweite Lösung gefunden hat, die im Rahmen des Binnenmarktes bleibt. Ein alleiniges nationales Anbauverbot ohne europäische Rechtsgrundlage wäre im Übrigen eine Öffnung gewesen für Einschränkungen des Binnenmarktes. Und von diesem Binnenmarkt profitieren ja gerade die Menschen in Deutschland ganz erheblich. Das wollen wir nicht gefährden. Und deshalb begrüßen wir die jetzt gefundene Lösung. Und es ist richtig, dass die Opt-out-Regelung Einschränkungen enthält, die es nicht erlauben, ein Opt-out mit rein politischen Motiven zu begründen. Das liegt zum einen an grundlegenden Mechanismen des Binnenmarktes, den wir ja alle wollen. Es liegt aber auch an Verpflichtungen, die Deutschland und die EU international eingegangen sind. So müssen nämlich nach WTO-Regeln ausländische und inländische Produkte gleich behandelt werden, wenn sie gleichartig sind. Und hier stellt sich die Frage, ist eine gentechnisch veränderte Pflanze gleichartig einer nicht gentechnisch veränderten? Ein vom BML in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten spricht hier von einer erheblichen Rechtsunsicherheit. Auch Gesundheitsschutz kann nur sehr begrenzt ein Grund für Opt-out sein, da die Gesundheitsprüfung ja eigentlich schon bereits bei der EU-weiten Zulassung geprüft wird. Und da bleiben höchstens noch regionale Besonderheiten, die hier angeführt werden können. Dazu verlangt aber das SPS-Abkommen der WTO über sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen eine wissenschaftliche Beweisführung. Und wir alle wissen, dass es keinerlei geprüfte wissenschaftliche Beweise für Gesundheitsschäden durch Gentechnik gibt. Und wegen dieser Schwierigkeiten, meine Damen und Herren, ist es auch völlig richtig, dass die Entscheidung für Anbauverbote dann bei den Ländern liegt. Denn die Gründe, die nach internationalen Verträgen ein Anbauverbot begründen, sind so spezifisch, dass sie eben nicht bundesweit gelten, sondern einen starken regionalen und lokalen Bezug haben müssen. Deshalb können sie auch nur von den Ländern rechtssicher umgesetzt werden. Ich weiß, Herr Minister Schmidt, dass die Bundesregierung sich dieser Probleme und Einschränkungen sehr bewusst ist. Deshalb begrüße ich es auch, dass die Bundesregierung sich mit Augenmaß und Fachkenntnis an die Umsetzung macht. Schnellschüsse helfen in diesem komplizierten Rechtsbereich niemandem. Ich bin froh, dass sich die Bundesregierung nicht von der Aufregung auf die Bäume jagen lässt. Schließlich muss sich nicht nur Griechenland und internationale Verträge und Abmachungen halten. Für uns in Deutschland gilt das Gleiche. Vielen Dank. Vielen, Hermann Ferber war das für die CDU-CSU-Fraktion. Hat er jetzt hier das letzte Wort in dieser Aktuellen Stunde gehabt? Ja, auf EU-Ebene hat man wirklich lange und kontrovers diskutiert, wie das weitergeht mit gentechnisch verändernden Pflanzen auf den Äckern. Deutschland will jetzt nach dem Kompromiss auf EU-Ebene schnell reagieren. Und es ist hier ziemlich deutlich geworden, wo dann, wenn das Gesetzgebungsverfahren hier anfängt und der Bundesagrarminister Schmidt hier seinen Gesetzentwurf anbringen wird, wo da die Diskussionslinien sind mit Beteiligung der Bundesländer oder nicht. Dies war es für heute. Vielen Dank.